Unser Versprechen haben wir eingelöst. Wir sind Samstag zum letzten Ein-Bad-Buffet hier im Sheraton. Buy one get one for one Bud. Das ist die Werbung. Also 300 pro Person. Schauen wir mal, ob die Amis auch da sind. Die versprochen haben, dass sie kommen. Schauen wir mal, die Amis auch da sind. Oh, du bist hier. Gut. Oh, 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 oh. Jetzt weiß ich, warum wir nicht einen Salmon finden können. Hat er einfach gesagt Salmon? Er hat gesagt, raus hier. Es gibt noch mehr? Wir versuchen etwas zu kaufen. Das ist der Salmon, der Jewish Salmon Cabal hier. Wir kontrollieren alle Salmon in der ganzen Welt. Aber der Salmon ist nicht wirklich Salmon. Der Salmon ist der Salmon. Der Salmon ist der Salmon. Der Salmon ist ja. Es ist ein bisschen nervös. Aber es ist okay. Aber es ist okay. Es ist okay, ja. Es ist nichts zu schmerzen, richtig? Und diese sind nicht Salmon. Sie sind aus Salmon. Oh, sie haben die Oliven. Und ich denke, sie haben auch aus Salmon. Aber die Oliven funktioniert. Nein, nein, sie haben immer diesen Salmon. Ja, diesen Salmon. Heute, in fact, heute Morgen war es der dickeste Salmon. Ich denke, sie hat es aus der falschen Ort. Aber, du weißt, Coconuts ist niemals weg. Ja, perfekt. Das ist, warum wir da gerne gehen. Das ist, warum wir da gehen. Das ist, warum wir da gehen. Das ist, warum wir da gehen. Wir gehen da zwei Mal. Wir gehen da nicht. Wir gehen da zwei Mal. Ich dachte mir, etwas wie das, als ein Breakfast-Brunch. Wir tun. Wir tun das auch. Wir tun das auch. Wir tun das auch. Ja. Bei Salmon. Ich würde sagen, ein bisschen Salmon für 59 Baht. 59 Baht. All you can eat Salmon. What do you feel? 59 Baht, all you can eat Salmon. Das ist eine Suggestion. Und du musst nicht listen. Das ist ein Jewish-Boy da. Ja. Also man kann es nicht ableugnen, die israelische Herkunft bei ihm. Oder die jewische Herkunft. Ich bin arab-Jewer. Arab-Jewer. Okay. Ich bin sehr kompliziert. Das sind die meisten... Die arabischen Jews sind die meisten relaxed. Meine Eltern sind Rebecca. Ja. Ich bin sehr gut. Ich bin sehr gut. Das ist gut. Ich bin sehr gut. Wenn du das hörst. Was sagst du? Das war ja. Ich glaube, ich habe es auf dem Tape. Aber es hat gesagt, wer das sagt. Es war jemand von der Außenen. Ja, ja. Er sagt es in meinem Kopf eines Runders. Du sagst, ich bin dein Dummy und ich bin dein Petriloquist? Du bist mein Dummy. Nein, du hast das erste Mal. Du bist dein Dummy? Mal sehen, was Kyle in fünf Jahren wird sehen. Ich schaue nach dem Tisch und sehe meine Zukunft. Du meinst, du hast den Strecke? Warte, warte, warte. Warte, 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 warte. Oh, was ist passiert? Was ist passiert? Du hast es verloren? Ich will dir über den Sack, die ich bin. Danke für das Untertitel. Was ist das? Was ist das? Banana... Banana Smoothie. Mango Smoothie. Oh, Mango Smoothie. Oh, okay. Danke, dass wir auch ein Restaurant haben, wo wir nicht diese Sachen tragen müssen. Nein, 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 nein. Wir müssen diese Sachen tragen. Ja, wir müssen sie tragen. Diese ist nicht notwendig. Es ist nur... Du musst diese Sachen tragen. Ich weiß nicht. Sie schrauben es an den Sizzler. Ja, ja. Ja, ja. Ich hoffe, das... Jetzt sagen sie in Deutschland, da gab es eine große Diskussion auf einer gut-known Station, dass alle die Maske, die überall liegen, müssen sie das aufhören. Ich meine, was wir produzieren auf Garbage, das ist fantastisch. Die Plastik muss aufhören, etwa 10x. Es ist nur die Plastik. Ja, ja. Du weißt, wie man diese sehr günstige Kleuben verhältst. Ja, ja. Wenn du sie über die zwei Hände anstatt. 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 Sie anstatt. Aber für die Amerikaner ist das genug gut. Die Mangikereien schrauben sie auch. Die Mandeln anstatt. Ja, ja. Die Mandeln anstatt. Die Mandeln anstatt. Das ist, weil sie oft anstatt. Aber ich habe schon gehört, dass sie in China die Kondome benutzen, um ein paar Garmenten auszutauschen zu machen. Sie benutzen die Kondome, um ein paar Kleidung auszutauschen zu machen. Wirklich? Ich will die Kondome. Ich will die Kleidung. Vielleicht ein Geräusch von dem Mann. Die Diskussion weicht jetzt ab, wandert aus. Wir machen jetzt mal Schluss. Tschüss! Musik 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 Bitte abonniert unseren YouTube-Kanal und drückt auf die Glocke.